Ja liebe Gerda, wir machen jetzt ein paar Dehnungsübungen, weil extrem wichtig, eigentlich bei allen Sportarten, dass man sich gut aufwärmt und durch die Dehnung wird der Muskel flexibler und ist verletzungsärmer. Also wir haben dann weniger Probleme. Und du zeigst uns jetzt mal eine Übung an der Wand. Ganz einfach Fäden durchzuführen. Also ganz easy zuhause durchzuführen. Wir stehen an einer Wand, die Hände nehmen wir nach oben und richten dann die Hände an die Wand. Gut, unten habe ich noch ein bisschen Abstand zur Wand und ich kann mich strecken und ich kann auch vielleicht versuchen hier oben irgendwelche imaginären Äpfel oder Kirschen oder irgendwas zu pflücken. Dann komme ich immer ein bisschen höher und strecke mich auch noch. Und dann gehe ich wieder langsam runter. Und jetzt war ich ein bisschen zu weit an der Wand. Und bis unten hin, soweit man eben kommt. Sehr gut. Und dann könnt ihr wieder hoch. Und wieder strecken. Und dann gehe ich wieder langsam runter. Die Übungen sollten nicht so hektisch gemacht werden, sage ich mal. Dehnen immer ganz langsam. Genau. Immer langsam. Und einatmen. Kann ruhig 20 bis 30 Sekunden dauern. Das ist kein Problem. Und wieder ausatmen. Wir gehen ganz langsam mit einem Bein hoch. Das andere bleibt am Boden. Genau. So weit es möglich ist. Sehr gut. Super Dehnung. Dann kurz halten. Immer durchgestreckt lassen. Und dann langsam wieder runter. Ruhig in Zeitlupe. Man sieht, dass die Muskulatur arbeitet. Oberschenkel. Es geht auch in die Baumuskulatur. Und dann wechseln auf den anderen Fuß. Sehr gut. Jawohl. Und immer korrekt auf die Haltung achten. Je besser das Bein gestreckt, desto besser ist die Dehnung. Ganz wichtig. Also nicht abknicken. Also wir haben jetzt noch eine Dehnübung. Da strecken wir das Bein komplett durch. Und probieren, das Bein festzuhalten. Wer es jetzt noch nicht schafft, der kann halt ein bisschen lockerer gehen. Also sagen wir mal, wenn die Streckung nicht ganz reicht, dann trotzdem nehmen und dann leicht nach außen drehen. Also es muss nicht schmerzen. Aber dann haben wir noch ein bisschen Dehnung. Weil es wird sich dann mit der Zeit geben, dass die Dehnung da besser wird im Knie. Genau. Leicht abschnicken und wieder durchdrücken. Dann wechseln. Von innen? Genau, ja. Okay. Sehr gut. Ein bisschen auch nach der Seite. Man kann es nach vorne machen oder nach der Seite. Ja. Leicht durchdrücken. Jawohl. Ja. Das ist schon sehr gut. Wenn man das Bein durchdrücken kann, ist es auf jeden Fall schon sehr gut. Viele schaffen das noch gar nicht. Aber mit der Zeit wird die Dehnung immer besser. Ich selbst war durch Leichtathletik-Training und wenig Dehnung als Junge komplett sehnenverkürzt. So, wir haben jetzt Übungen für den Rollstuhl, wenn man die Mobilität mit den Beinen nicht hat. Also versuchen wir eine Kraftübung, Kraftdehnungsübung nach vorne. Genau. Wunderbar. Es geht bis in den oberen Rücken. Wir haben da Spannung bis nach vorne. Auf Spannung bleiben und ich würde einmal sagen, 10-15 Sekunden halten und dann langsam wieder zurückgehen. Dass der Muskel ein bisschen gefordert ist. Also sagen wir 10-15 Sekunden reicht eigentlich aus. Das wäre die eine Übung. Dann hätten wir das nach oben greifen. So lange wir es möglich machen. Also ich stelle mir vor, da oben hängt irgendwas. Genau, wir holen uns die größten Früchte. Da sind die größten Früchte. Die teuersten. Jawohl. Dann richtig nach oben. Jawohl. Super. Genau, richtig verlängern die Arme. Ja, genau. So lange es geht. So lange es geht. Ja. Okay. Du kannst wieder ausatmen. Genau. Und entspannen. So, jetzt haben wir noch eine Übung. In der Dehnung. Das heißt, wir machen es einmal statisch. Das heißt, nur in die Vorwärtsstellung gehen und auf Spannung. Also ohne den Körper zu bewegen, halten wir die Dehnung. Schön stabil. Oberkörper. Gerade. Gerade und stabil. Jawohl, wunderbar. Das ist das eine. Und das zweite wäre jetzt, wenn es jemand noch kann und mobil ist, wir verlängern das Ganze und gehen mit dem Körper noch weiter nach vorne. So weit es geht. So weit es geht. Genau. Und gehen praktisch fast eigentlich in den rechten Winkel und haben dann noch mehr Dehnung vom Beckenbereich bis in den Schulterbereich. Dann haben wir alles abgedeckt und dann wieder langsam zurück. Langsam zurück. Genau. Und dann nochmal, kann man ruhig fünf bis zehn Mal nach vorne gehen. Wieder nach vorne. Standbeine bleiben gleich. Oberkörper, jawohl. Wieder, dass wir schöne korrekte Haltung haben. Und der Körper ist wunderbar noch ein Stückchen mehr gedehnt als bei der vorherigen Übung. Also, liebe Gerda, du hast gesehen. Das waren jetzt einige sehr gute Dehnübungen, die man immer regelmäßig vor dem Training machen sollte. Auch nach dem Training ist es möglich, wenn man einen langen Lauf hat, nur als Beispiel, dass die Muskelkörper wieder gedehnt ist. Aber Dehnen verringert die Verletzungsanfälligkeit, die Anfälligkeit extrem. Okay. Wir wissen Bescheid. Gut. Okay. Bis zum nächsten Mal.